Hallo liebe Freunde der Schachvideos, das Turnier der Stunde ist der European Club Cup, der Europapokal der Vereinsmannschaften im mazedonischen Skopje. Und da gibt es in der fünften Runde ein Top-Duell, nämlich Kramnik gegen Topalov. Die beiden sind sich nicht ganz grün seit ihrem Match im Jahre 2006 um den WM-Titel, berühmt berüchtigt als Toilet-Gate. Seitdem geben sie sich nicht mehr die Hand, treffen aber häufig am Schachbrett aufeinander. Und hier repräsentieren sie die beiden top gesetzten Mannschaften. In Topalovs Mannschaft unter anderem, wer spielt da mit? Anish Giri, Fabiano Caruana, Michael Adams. In Kramniks Mannschaft, Levon Aronjan, Alexander Grischuk und viele mehr. Also zwei absolute Hochkaräter. Und dieses Duell an Brett 1 sollte wegweisend sein für das Match. Schalten wir gleich ein, Kramnik mit den weißen Steinen. Grundsätzlich zwischen den beiden geht es immer recht blutig zu. Und der weiße Spieler hatte ein ziemlich gutes Ergebnis. Viele weißige, egal ob Topalov oder Kramnik auf der weißen Seite waren. Insgesamt führt Kramnik in ihrem individuellen Match ab. Und wir schauen uns an, wie es heute läuft. Heute, gestern, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Kramnik greift zuerst ins D4. Letzte Zeit hat er meistens Springer F3 nips G3 gespielt. Also D4, schon eine winzige Überraschung, aber natürlich ein Zug, den er seit Jahr und Tag spielt. Unter anderem gegen Garik Kasparov, indem er dem Erz im Jahre 2000 den WM-Titel abnehmen konnte mit diesem Zug. Sprenger F6, Sprenger F3, E6. Topalov hat ein sehr breites Repertoire. Hat er sich wahrscheinlich auf ein Duell im Damen-Gambit vorbereitet nach C4, D5. Aber Kramnik hat andere Pläne, spielt den Zug E3. Ein Zug, der nie besonders populär geworden ist, aber nicht ohne Gift. Und Kramnik hat kürzlich schon so gespielt, allerdings im Blitz schon schnell scharf bei der Weltmeisterschaft in Berlin. Insofern kein besonders sicherer Fingerzeig für Topalov, dass er das wiederholen würde. Schwarz hat hier mehrere Aufbauten. Topalov spielt C5, wohl der Hauptzug. Beispiel Läufer nach D3, behält sich noch offen, wie er seine Bauern postieren möchte. Und Topalov greift zu B6. Gibt wie gesagt auch andere Systeme. Lewand Aronjan spielte gegen Kramnik kürzlich. Sprenger C6, Rochade und D5, sehr klassisch im Zentrum. Konnte eine ungefähr ausgelegene Stellung erreichen, auch wenn er die Partie im Blitzschach dann verlor. Aber auch Topalovs Plan ist wohlbekannt mit B6, Rochade, Läufer nach B7. Und jetzt muss Weiß zeigen, was er möchte. Und der einzig ambitionierte Zug in dieser Stellung ist eigentlich C4, wie Kramnik auch spielt, um die Figuren Genzentrum zu entwickeln. C schlicht D4, alles weiterhin wohlbekannt. E schlicht D und Läufer nach E7. Sprenger nach C3. Und D5. Nicht der einzige Zug. Schwarz könnte hier auch kurz rochieren. Aber wenn man kurz rochiert, muss man sich immer schon mit weißem D5 auseinandersetzen. Was nicht jedermanns Sache ist. Daher hat D5 der prinzipielle Zug versucht, Weiß einen isolierten Bauern auf D4 zu verpassen. Der Haken an der Geschichte ist, dass Schwarz noch nicht kurz rochiert hat und hier ein bisschen vorsichtig sein muss. Aber all dies ist eine wohlbekannte Theorie-Variante. Springer nach E5 mit der Idee für die Dame den Weg freizumachen nach G4 oder H5. Kurze rochade und Dame nach G4. Soweit alles schon viel gesehen, aber für Topalov kam diese Variante mit drittens E3-Läufer D3. Wahrscheinlich ein bisschen überraschend und er nahm sich hier recht viel Zeit für seinen nächsten Zug. Einer meiner Lieblingstricks ist die Variante Sprenger F6. Der Zug wurde nicht gespielt. Sprenger F6, Dame nach H4, Schild nach H7. Und jetzt der naheliegende Zug, Sprenger C6. Läufer nach G5. Rotläufer schlägt F6, nebst Dame H7 matt. Daher wird hier gerne G6 gespielt, um diese Verbindung zu unterbrechen. Aber jetzt gewinnt Weiß bereits mit dem Zug Läufer nach A6. Ein Trick, den man, ich weiß nicht, ob man sich merken muss, aber sich merken könnte, denn viele starke Spieler, unter anderem Judith Polger, sind hier schon drauf reingefallen. Und dieser Stellung kann Schwarz bereits aufgeben. Er verliert Material. Das passiert einem Topalov natürlich nicht. Aber wie gesagt, er verbrauchte hier viel Zeit, griff nicht zu dem Zug Sprenger F6, der meines Wissens nach als der kritische Zug gilt. Und nach Dame H4 jetzt nicht Sprenger C6, sondern der Zug Sprenger nach E4. Hier greift die Dame an und unterbricht die Verbindung nach H7. Hier gibt es weiter Theorie. Dame H3, Dame schlägt D4 und Läufer nach F4 ist kritisch. Weiß Opferleinbauern für aktives Spiel. Ich bin nicht ganz sicher. Meines Wissens nach gilt diese Stellung als ungefähr ausgeglichen. Geht irgendwie weiter mit Sprenger F6, Sprenger E2, Dame nach A4. Mit weiteren Komplikationen. Aber ich denke, bei Schwarz sollte alles im Lot sein. Wäre interessant gewesen, was Kramnik hiergegen in petto hatte. Topalov spielt anders. Auch ein Zug, der schon häufig gespielt wurde. Eine ziemlich drastische Maßnahme. Der Zug F5. Er vertreibt die Dame von G4, schwächt aber im Gegenzug des Feld E6 und stabilisiert damit den weißen Springer auf E5. Die Dame muss erstmal zurück. Dame E2. Läufer nach F6. Auch sehr logisch, um Turm nach E8 vorzubereiten. Diesen Bauern bei Bedarf zu decken. Und Läufer nach C4. Auch bekannt, der Läufer hat seine Schuldigkeit getan auf dieser Diagonale und wechselt auf eine bessere. Nämlich die Diagonale, auf der der schwarze Bauer E6 steht. So, dass Schwarz hier vorsichtig sein muss. Turm nach E8 überdeckt diesen Bauern E6. Turm nach D1. Alles schon gespielt. Und hier ist nicht ganz leicht für Schwarz einen guten Zug zu finden. Auf den ersten Blick dachte ich, Sprenger C6 sieht sehr vernünftig aus. Wenn weiß hier schlägt, Läufer schlägt C6. Ist bei Schwarz alles im Lot. Aber es hat einen kleinen Trick. Sprenger schlägt D5. E schlägt D5. Jetzt sieht es aus, als wäre dieser Springer und dieser Läufer gleichzeitig angegriffen. Aber den Läufer kann man stehen lassen und mit F4 den Springer stabilisieren. Es zeigt sich, dass Schwarz nicht hier nehmen sollte, wegen Dame schlägt C4. Nebst entweder Dame F7 Matt oder Springer F7 Schach mit vernichtender Springergabel. Kann man also nicht machen. Und wenn weiß dazu kommt, seinen Läufer wegzuziehen, dann steht Schwarz hier schlechter. Weil der weiße Springer auf E5 einfach ein sehr gut befestigter Vorposten ist, mit dem Schwarz sich rumschlagen muss. Gefiel Topalov also nicht und er griff zu Springer nach D7. Wonach dieses Springer schlägt D5, E schlägt D5, F4 nicht mehr so effektiv wäre. Weil Schwarz jetzt Läufer schlägt E5 spielen kann. Und nach D schlägt E5 steht der Springer auf D7 richtig, um die eigene Dame zu entfesseln. Sobald Schwarz hier wegnehmen kann. Das funktioniert also nicht im Gegensatz zu Springer C6. Aber weiße hat eine andere Option, die Kramnik wählt. Und zwar einen Zugläufer nach B5. Fesselt den Springer und er zwingt damit mehr oder weniger in Abtausch. Läufer schlägt E5, D schlägt E5. Womit weiß sein Isolani losfährt und sich das Läuferpaar sichert. Was für einen kleinen Vorteil gut sein sollte. Dame nach E7 geht aus der D-Linie. Sprenger schlägt D5, Läufer schlägt D5. Und hier hätte ich erwartet, dass Kramnik einen ruhigen Entwicklungszug spielt. Läufer nach D2 oder Bauer nach B3, um Läufer B2 zu spielen. Mit minimalem Vorteil. Aber er spielt ambitioniert. Er spielt den Zug Dame nach H5. Droht jetzt schon den Zugläufer G5, sich mit Tempo zu entwickeln und Druck auf diesen Springer auszüben. Und ist nicht so leicht für Schwarz darauf zu reagieren. Der Pallauf greift zu G6, was die Drohung verhindert. Aber die schwarzen Felder am Königsflügel schwächt. Also eine zweischneidige Entscheidung. Möglich wäre auch H6 gewesen, um Läufer G5 zu verhindern. Dann muss man allerdings mit Dame nach G6 rechnen. Und auch diese Steuerung ist nicht besonders pflegeleicht. Pflegeleicht? Ja, sagen wir pflegeleicht. Turm E D8 zum Beispiel, um sich zu entfesseln. Läufer schlägt H6, Springer schlägt E5. Dame nach G3, Springer nach G4. Und Weiß sollte auch hier einen kleinen Vorteil behalten, weil er einfach die Zweiläuferpaare, die Zweiläufer hat in dieser Offenstellung. Was für Schwarz ein bisschen unangenehm ist. Aber Schwarz hat den gut befestigten Läufer auf D5. Also ist nichts Tragisches passiert. Das war die Alternative. Vielleicht das geringere Übel in der Partie spielt er G6. Dame H6. Turm E C8, der muss sich irgendwann entfesseln hier. Und Kramnik spielt Läufer G5 mit Tempo. Dame G7 geht nicht, weil dieser Springer angegriffen wäre am Ende. Also Dame F7. Läufer schlägt D7. Dame schlägt D7. Läufer nach F6. Und wir haben eine relativ typische Situation mit ungleichfarbigen Läufern. Beide Seiten haben gute Läufer. Die sind sehr aktiv. Aber Weiß hat nach wie vor Vorteil, weil Schwarz seinen Königsflügel geschwächt hat. Der schwarze Läufer macht nicht so viel Druck auf den weißen Königsflügel. Und kann so mit F3 geblockt werden. Während die weiße Batterie hier mit Dame und Läufer recht unangenehm ist. Und Weiß hat den Plan mit H4, H5 den Königsflügel weiter aufzuweichen. Topalov spielt Dame F7, überdeckt erstmal den Punkt G6. Und Kramnik spielt B3. Ich weiß nicht, ob der Zug sein musste, aber er ist nützlich in einem Turm C4, Turm G4 aus der Stellung. Verhindert, dass jemals der Bauer A2 angegriffen ist. Und fragt Schwarz auch, was er als nächstes vorhat. Und Topalov spielt den Zug Dame nach F8. Auch sehr logisch, er möchte die Dame von H6 vertreiben. Weiß sollte hier auf keinen Fall die Damen tauschen, wenn er auf F8 Schlüge, Schläge, Schlüge. Wer die Stellung einfach ausgeglichen, denn ohne Damen hat Weiß kein wirkliches Angriffspotenzial mehr am Königsflügel. Daher behält Kramnik dieser auf dem Brett. Spielt Dame nach F4. Turm nach C2. Und Bauer H4 beginnt mit Plan B, hier mit H4, H5 den schwarzen Königsflügel anzuknabbern. Turm AC8, Topalov macht all die logischen Züge, schnappt sich hier die C-Linie und H5. Nehmen wir und schlagen kann man nicht gut, wegen Dame G5 Schach, König F7, Dame schlicht H5. Und hier wäre der schwarze König zu exponiert. Es führen schon mehrere Wege nach Rom, am brutalsten. Ein paar Ideen zu zeigen. Natürlich hat mir der Computer diese Varianten eingeflüstert. Aber sie sind nicht unmenschlich, schwer zu berechnen. Solche Geschichten und Schwarz verliert, weil der König nicht auf die C-Linie darf, wegen Dame schlicht C2. Also den Bauern sollte man nicht schlagen, macht Topalov natürlich auch nicht. Spielt Dame E8, bereitet sich vor auf HG6, Dame G6 zu spielen. Mit Gegenangriff auf den Bauern G2. Und für Weiß die Frage, wie es weitergehen soll. Akramnik hat eine weitere Ressource, nämlich diesen Turm, den er in den Angriff schmeißen kann. Und jetzt droht recht unangenehm Turm G3 oder Turm H3 oder auch H-Schläge G6, weil Dame G6 mit Turm G3 beantwortet werden kann. Schwarz hat Sorgen. Topalov versucht, diesen Turm von der dritten Reihe fernzuhalten. Turm D3, Turm C3. Aber der kleine Bruder A1 greift ein, unterstützt den Turm. Nach wie vor ist es für Schwarz nicht leicht, was zu tun. Er möchte nicht hier tauschen, weil dann der Turm wieder die Kontrolle über die dritte Reihe kriegt. Aber er muss einen sinnvollen Zug machen und das ist nicht so einfach. Und Topalov versucht, die Spannung zu lösen hier mit G schlicht H5, um seine Dame nach G6 zu stellen. Was absolut vernünftig wäre, wenn es nicht den nächsten weißen Zug gäbe. Statt G schlicht H5 hätte er wahrscheinlich passiv abfahrten müssen mit Dame F7 oder sowas. Aber seine Stellung wäre nach wie vor unangenehm. G schlicht H5. Jetzt bringt Dame G5 nichts wegen Dame nach G6. Aber Kramnick hat einen Schlag. Turm schlicht D5. Beseitigt den starken schwarzen, schwarzen weißfelderigen Läufer. Kompliziert alles. Turm schlicht D5, E schlicht D5 und jetzt der Zug E6. Sehr, sehr unangenehm. Überlastet die schwarzen Verteidigungsreihen. Der Bauer kann nicht geschlagen werden. Wegen Dame G5 Schach, König F7. Dame G7 Schach, König E8. Und Läufer schlicht C3. Die Dame von G7 ausdeckt den Läufer, sodass Schwarz einfach eine Figur weniger hätte. Daher muss er am Leben gelassen werden. Aber Weiß hat einige Drogen. Nicht nur Läufer schlicht C3. Häufig auch Dame G5 Schach oder einfach Turm schlicht D5. Die Stellung ist sehr schwer zusammenzuhalten. Der Bauer versucht, Turm C7 zurück, um die siebte Reihe zu überdecken. Turm schlicht D5. Verstärkt einfach die Stellung. Und wir sehen schon, die Drohung nehmen über Hand. Jetzt droht unter anderem Dame G5. Nebsturm schlicht F5. Und so kommt es auch. Dame schlicht E6. Beseitigt jetzt diesen Pfahl im Fleische. Es gab nichts anderes. Dame G5 Schach. König F8. Turm schlicht F5. Die weiße Armee ist zwar klein, aber so stark konzentriert vor dem schwarzen König, dass Schwarz keine Verteidigung hat. Man sehe, Turm nach F7. Sieht logisch aus. Kommt Dame H6 Schach. Ah, das ist die Partiefortsetzung sogar. Können wir uns sonst irgendwelche Verteidigungen überlegen. Nicht wirklich. Es funktioniert einfach nichts. Zum Beispiel Schach und Turm C5, um diesen Turm zu tauschen. Oder gleich Turm C5. Entschuldigung. Volkläufer E7 Schach. König E8. Erzwung. Turm F8 Schach. König D7. Läufer schlicht C5. Und wieder wird im Schwarzen seine Königsteuerung. Zum Verhängnis. Turm schlicht C5. Ja, ist nebenlösig. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, die Dame zu gewinnen. Eine ist Dame D8, König C6 und Turm F6 und die Dame fällt. Also, Schwarz hat keine Rettung. Der Ball versuchte, Turm nach F7. Aber jetzt gewinnt Weiß recht prosage die schwarze Dame. Dame H6 Schach. Zwingt den König nach E8 in die E-Linie, weil König G8, Turm G5 nicht besser wäre. König E8, Turm E5. Und die Dame fällt. Dazu behält Weiß seinen Läufer. Das heißt, der Drops ist gelutscht. Du hast versucht den letzten Trick. Turm C6. Wenn jetzt Turm schlicht E6 käme, Turm schlicht E6, wäre auf einmal wieder alles in Ordnung bei Schwarz, weil dieser Läufer dank der Fesselung nicht zu halten wäre. Aber Kramneck hat das natürlich vorhergesehen und spielt den hübschen Zug. Dame schlicht H5. Wonach keine der schwarzen Figuren den F6 schlagen kann, wegen legaler Problemen. Daher folgt dem nächsten Zug Turm schlicht E6. Dann zieht der Läufer weg und Weiß hat einfach Dame und Läufer gegen zwei Türme. Sprich eine Figur mehr. Topalov gab sich geschlagen. Überraschend glatter Sieg, aber positionell sehr anschaulich von Wladimir Kramneck. Zug Dame H5 für mich sehr überraschend, der diese Schwächung G6 provoziert. G6 war wahrscheinlich schon ein ernster Fehler. Danach sind die schwarzen Felder am Königsügel zu schwach. Und Kramneck verwertet das exemplarisch. Profitiert von Topalovs Fehler. G6 H5. E6 war eh schon schwer. Nach Turm D5, Ede, E6 gab es kein Halt mehr. Schöner Sieg für Wladimir Kramneck. Und das sollte auch dazu führen, dass Kramnecks Mannschaft Siberia mit 3,5-2,5 gegen die topgesetzte Mannschaft von Soka Aserbaidschan sich durchsetzen konnte. Und da wir jetzt der Top-Favorit sind auf den Sieg im Europapokal der Vereinsmannschaften. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf Chess24, wo die letzten Runden natürlich live übertragen werden. Bis dahin. Tschüss. Ihr seid. Musik. Musik.